BAB 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 Nein, nein nein, nein Nein, nein, nein Alles nur nicht das bitte, alles Oh, ne okay, auch nicht alles Warum müsst ihr die Lemon Tree Abklatsche machen? Warum müsst du überhaupt ein Lied machen und ichs besser fang Das Traude ist halt einfach, dass die wirklich so viele Klicks hat Ja Die Dislikes helfen dir halt auch noch mehr. Wurde der jetzt gerade ein Set gesehen? Ja, das ist ja das Schlimme. Das habe ich mich aber auch gerade gefragt. Habt ihr jetzt gerade ein Set gesehen? Äh, nö. Nicht, dass ich wüsste. Warte, willst du dich doch hier stellen, das Malte? Ah, Alter. Was denn? Nö. Nicht. Wie kann man denn das mal? Richtig. Nur Ultimate. Soll ich da jetzt noch hingehe? Ja. Nein, das ist viel zu dangerous. 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 Oh, da sind sie. Oh Gott. Siehst du, das hätte überhaupt nichts gebracht, hätte ich da gestanden. Das sieht nicht so gut aus. Oh mein Gott. Boah. Haben alle geflasht, ey? Ja. Das, das, das. Wobei ich nicht weiß, welches von beiden Ignites gibt. Was getickt wurde. Sag mal, die Wärste da gewesen, wäre ich nicht gestorben. Doch. Weil sie von da gekommen sind. Oh ja, und du hättest mit attackieren können. Yellow Card reinhauen können. Hat gerissen. Ob je was geht. So, ich hab meinen Glooboth. So einfach geht das. Aufmerksamkeit hat der nur noch einen Healport. Ja. Ja. Ich packe den Red Buffer, aber nicht alleine. Das ist doch. Ich hab's ja auch meinen Flash gewasted jetzt für den Glooboth, aber egal. Ich hab ihn. Hauptsache, ich hab ihn. Ja, du hast ihn. Ja, du hast ihn. Ja, du hast ihn. Ja, du hast den Vorteil, den Einsatz zu fliegen. Das stimmt, Söger. Aber ich kann keinen Red Buff machen, weil ich keinen Smiter-Buff. Däube. Sie machen damage, die Krugs. Da hast du dann gedacht, dass wir spine 1976 nutzen, oder was? Ja. Ja. Wäge angenehmer gewesen, glaub ich. Ich bin auch neuer Champion, der wurde durch Zärtlichkeiten tötet. Ja. Zu Tode gestreichelt. Copycat worden. Da muss jetzt aber so ne Lulu sein. Von den Abmaßen her. Von den Abmaßen? Ausmaßen. Meinst du von der Figur her oder was? Von der Statue her, glaub ich. Ich hab kein Wort mehr für den unteren Busch. Mach gleich. Ich muss sagen, es hat erstaunlich gut geklappt. Ich muss raus. Kriege ich den Malte? Ja, der hat sein W-Button. Obwohl ich kein W-Button hast, weißt du. Sniperino mit der W. Ich hab dein Leben nicht gesehen. Oh mein Gott, da hast du Copy. Best Call von dir. Wie Best Call? Wenn du... Was ist das für ne Frage? Ich geh davon aus, dass du da wenigstens bisschen mehr Leben hast als ein Drittel. Dark. Meine Lane? Ach der hat eh schon das First Blood gehabt. Achso. Ja scheiße. Dann ist die Lane jetzt richtig fack. Sag das doch nicht mit. Achso. Stimmt ein Set. Ist ja auch richtig scheiße, wenn der dreimal... Ah, ich komm gleich dreimal ganken, wenn gut das ist. Nur so schön... Hast du nicht schon... Nee. Ja, ich hab gegen Lee. Ich hab Lee getötet, ja. Ja. Bei einem Gang. Ich wollte grad sagen, du hast Lee First Blood gekriegt oder? Da war ja was. Ja, da war ja was. War ja so'n... Invade. Da war ja irgendwas Hell, der sterben wollte. Weiß nicht, ob das wollte. Es wollen... War nicht die Rede, also... Zweifelig glaube ich auch. Ei. Also ich bin nicht so reingegangen, so nach dem Motto, so ey, ihr, ey, ich will sterben. Gott. Da ist ein bisschen... Malte, 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 Malte. Achtung. Der farmt halt noch schlechter als ich. Das war traurig. Du spielst Jax gegen ne Poppy. Ihr habt gleich viel farm. Bis schon wieder in der Mitte. Passt der mir vor ner Referente. Copy Flash... Oh, ich bin so einig! Hat der Glacke, Night. Flashed? Hä? Ja, Gott gefischt. Ich bin so ein... ...Bot, ne? Sorry, ähm... Marcel ist, glaub ich, gestorben. Ne, ich wurde ignited, du mocht nix. Ignite, kunst du nix machen. Nein! Minion Block! Ich kenn' einen scheiß Minion Tommy. Julian! Schon wieder! Das war meine Pflanze! Warum nimmst du denn diese scheiß Kills? Gegen meine Pflanzen kann ich nichts. Alte Blubuff. Ja, aufm Weg. Lass mich in die V und Ruhe. Ja, ich lass dir dann fahren in Ruhe. Du musst gucken nicht, dass die kommen, Alter, weil die Timer haben. Ja, aber die sind... Die war tot. Und Zed auch. Perfekt, mein Friend. Oh, ich hab grad durch das Windrad 830k gekriegt. Weil es auf Exilent war. Ich hab mir einen Sinn. Ich hab dich über den Fall geflasht. Ich hab ja wieder zufrieden. Ich hab間 nicht weggeflasht. Ich hab' den Fall geflasht. Ja, Brand. Du brauchst einen Bluber, Fabi. Ja. Komm her. Ja, warte. Ich versuche gerade noch schnell meine Lane raus. Kann ich die Gegner schon bald ein bisschen aufziehen? Aufziehen? Weil die einfach scheiße ist. Mit was? Mit der Spritze aufziehen oder? Nee. Einstochen, dass die nichts alleine auf die Fresse... äh... Ich sehe nichts alleine geschissen, der kommt so... Ihr seht das Altman aus. Danke. Kein Ding. Gratis, falsch. Egal. Machen. Hast du dein Ulti geflasht oder was? Nein. Ich hab ja ihn exhausted. Na so, ja gut. Mal ganz kurz mein Handy aus dem WLAN. Mal ganz kurz mein Handy aus dem WLAN. Ja. 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 Das ist auch ganz kurz. Mal gucken, ob ich gleich wieder BOT erhine... Eben mit zwei. Ja. Ja, ja. wie ich die Ulti von dem gedacht schaff. Ja. So, nein. Das war close. Sander ist ja zweimal über dem ich poppy bin. Ähm. Ähm. Sander ist eine Ulti von dem. Ich wollte ja mal dem Jungle Hallo sagen. Da kriegst schon wieder ne Killer, Alter. Rydion stirbt fast. Er stirbt nie. Oh, er stirbt noch. Oh, 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 oh. Juhl. Das fangst wieder ran. Ja. Ich würde gerne mal Drek machen, aber wenn es alleine klappt, das ist schlecht. Ja. Die haben ein super Lied bekommen unten auf der Lane und der Trance ist noch nicht so ein Champion. Ich glaube hier ist Trance back gegangen. Aber der Jhin ist scheiße. Ja die Poppy auch. Er spielt Jhin. Das sagt schon alle. Jhin ist nicht schlecht. Jhin ist überhaupt nicht schlecht. Er ist nicht schlecht, aber es kommt gegen die anderen grad nicht an. Deine Werte haben die halt extrem unter gemacht. Komm mal trotzdem Drake, wir machen den jetzt. Wir lassen mich nix noch kurz mit denen raus. Ja halt einfach teleport. E-Mann noch wo mir ist. Ja und die ATP. Die ist in der Mitte. Wir sind nicht cool. Ist das gut? Malte kümmert es lieber um den Lieder. Da fällt halt grad auf, dass ich keinen Smile abhabe. Also tut man die bitte. Die Sin kommt nicht. Der kommt sicher nicht. 3.000 Gold kann man mal. Kann man mal. Im Base geht. Ich glaub nimmer, dass der Lies hinkommt zum Smiten. Ich glaub es auch nicht. Was haben die denn? A-D-A-D-A-D-A-D-A-D. A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D. Ich bin jetzt auf der botlane. Hallo Zed. Gut, dass du auch mal Level 8 erreicht hast, Poppy. Come closer. Geht halt nicht dauer, da muss er nicht. Ich hab kurz überlegt, zu teleporten, aber es wird zu verloren. BB-1 mach ich jetzt auch nicht unbedingt. Malte, Blue, pass auf, die könnten auf dem botlane zu dir kommen. Oh ja, genau. Guck mal, Blue auf Malte nennen. Jo. OZ bei mir. Das hat Zed Ultimate für dich geused. Jhin, 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 Jhin hat die Ultimate für mich geused, ja. Kommen wir gleich mal. Ich hab Sinderhulk, ganz schwer. Ja, aber Sinderhulk tötet den nicht. Poppy ult raus. Fürth halt fertig werden. Ich hab's mit dem Blooper, Fabi. Der Blooper, Fabi, ist gleich ab. Jo. Sonst mach schnell mal n Lane raus, dann komm ich. Ja, ich... oh cool das ist das rand in der mitte das kommt wahrscheinlich wieder runter Das ist schon längst hier. Wir haben da noch einen Ward, offen sieht er mich da nicht. Oder beziehungsweise trifft er mich nicht. Nee, kommt Richtung Botlin, pass auf, gerne. Ich hab Ulti ab, Malte. Wenn ich da reinkommen kann, dann würde es was geben. Morgen, Kinder. Oh nein, ein Gin Snare. Scheiße. Copy, Flash. Nein, ich hab das Minion geweht, scheiße. Du hast ihn geweht. Ich hab das Minion geweht. Das kann doch jetzt nicht worse sein für ihn. Oh nein, oh nein. Malte? Malte? Scheiße. Der ist malte. Gegen die lohnt sich ein Stone Plate eigentlich nicht so richtig, weil die nicht gerade sehr viele AP haben. Das hab ich jetzt mal gesagt. Der Brand hat die Flashs, meinte. Hi. Die Mountainchi, die optionen dann an. Der ist ein Sunfire. Du musst aufpassen. Klasse. ich bin kein jahr so dass ich von sowas ist ja so du bist ja so wenn kein jahr dieser wechsel jetzt bin kein jahr so ja ich bin jack klasse leute klasse ja ich hoffe mir hat keiner zugeguckt ich habe gerade nicht meine kuh an der krabbe der ist auch kein behinderter junge danke ich kann Ich lass n' Chat, lass n' Mike, hast dir ni mehr gar nichts gesehen? Was hat n' der jetzt versucht, der Typ? Komm, Alice, hier muss doch jumpen Jetzt geh mal in deinen Bot-Side-Jung Hier ist n' Red-Buff ab Ocean Dray, c'est ab Ja, mach' ich jetzt das sind die sinne alter er kommt drüber leute ja er hat bei 900 gesmited er hat drüben den djinn alter ich will da nicht weiter fight englisch ja gut wir haben jetzt ein bisschen in unseren juggle der hat es gut gemacht malte macht die web das und gibt malte 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 hilf dir mal einer der ist keiner am leben komm erst mit fünf sekunden malte überlebe ich bin nicht überlebt der nächste der app es sollten wir hinrennen und die tourie der anseger wollte mir was zeigen wo die rabtonne hat mich fast kaputt gemacht die wurden gerade alle geacet außer du was macht ihr denn jungs die hat wer gewollt wird also ich hab den die sinne fast getötet dann ist der in dragontrip gestorben und ich bin vorwiefern gestorben gut ich hab drake gemacht aber wir haben den drake gekriegt das ist doch schon ganz gut ich habe dafür gesorgt dass er die sinne nicht mal gibt es da rein fünf sekunden dann kann ich da reingehen ach fick mein dm hat scheiße das war irgendwie nicht so geplant sagen wir es mal so da kann ich rein gehen ne will keiner ich will keiner mit mir spielen ich push mal top lane oh geil also ich bin am t2 top lane es juckt irgendwie nicht so ganz oder aber t2 top lane ist down ja passive war irgendwie nicht so geil gespielt von denen einfach nur gut von mir gespielt weil ich da in die backline bei dem djinn reingang und den so locker hundert dass die beiden abhornen wollten ja sonst war ja auch keiner mehr da von den anderen die waren auf einmal alle unsere unseren tower ich weiß gar nicht warum alter fabi wir haben nämlich eine tower na komm wo ist der die sinne eigentlich hingesprungen komm in unseren channel hey mike eigentlich weil ich nur minions clear nice queues alter jo jo passt das war eine schöne rocket aber auf jeden fall ob du mit den plops kaputt machen willst du warum schlässlich machen die brauchen ja das moor ja das nochmal zu mir das ding geschickt wurde ja da ist noch eine poppy ich habe mich etwas übersehen macht mal botte in den turm bitte auch mit money ja so musik höre ich mir denn da an das denke ich mir auch gerade spotify läuft glaube ich gerade wieder mix der woche oder so eine raster mama ey sonst warst du übelst krasser dubs der poppy gerade gehört der julia was schade und marcel holt ihn also den damal kann man lassen oder nee nee neee da kam noch ein brand ganz dezent wenig damit das free run hat so easy gemacht weil da kein brand gekommen Ah ja, jetzt habe ich schon mal GLP. GLP? GLP? Hä? Dubstep Intro wup 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 wup. GLP? Was ist denn GLP? Halter Mann. Hä? Aber wie hab... Sag doch Gunblade. Gunblade? Gunblade. Aber wie kommst du auf GLP? Ich weiß auch nicht. Wie kommst du auf GLP? Gunblade. GLP. Hm. Eigentlich heißt es nämlich Gunblade, aber spricht man zum Glück wie ein B aus. Siehst du, das ist doch voll die Platte, Mann. Sieht man doch. Also sag mal so, auf der Bottling steht kein T1-Serve mehr, auf der Top-Land und Midlane schon. Ja, und? Was willst du? Hm? Top-Land steht... Natürlich siehst du den nicht, bist du blind? Hä? Ihr habt glatt auskoppeln, muss er jammen. Oh, guck mal wie viele da stehen. Alle. Ich glaube ich hol die mal rüber, oder? Oh nein, ich hab den getroffen. Ich hab da was. Ich hab da was für euch. Das ist einfach so lustig mit Sekt. Er ist mit Baron. Ich kann noch einen verpushen. Ich darf das schon die ganze Zeit machen. Ja, das schräg ich mal mehr an. Ich seh dich doch nicht am nächstes. Ich bin mein most fun im game. Ja, Sepp. Oh, leil war das ein bisschen. Oh, Sepp. Das ist ja alles. Holy fuck. Äh, siehst du auch so wie ein Rasenmäher haben? Mikrofon muted. Ja, also. Das weiß man mal. Das wissen sie aber schon. Dum, 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 dum. Da hab ich keine Lust. Wie hört's mir noch einen Ocean Drake? Da ist der dritte. Mikrofon activated. Ja eben. Tschüss Mike. Ja, ich rechne. Ich geh dann mal. Ja, ich auch. Das war Ocean Drake. Wir halt fast simultan da rein geflogen sind. Also smiten brauchst du nicht unbedingt. Wenn keiner mehr ist. Ehrlich Sinn hätt kommen können. Wir hatten keine Vision. Hä, hm. Wo auch. Hm. Ich glaub ich hol mir... Was hör ich mir denn. Adaptive Helm könnte klappen gegen die. Äh, warum Adaptive Helm? Gegen Brandy. Nur gegen Brandy. Nur gegen Brandy. Scheiß Adaptive Helm. Und? Ja, Genert kann... Ja, irgendwie Magic Resistance Fallen. Beim Splash ja auch keine Abilities. Brand hat ja auch ein bisschen Cooldown. Ja, aber er tickt runter. Was macht denn der da? Aber sein Damage tickt da runter. Dann hat er einen Dot. Was? Dass der mich jetzt tötet, hätt ich jetzt nicht gesagt. Ey da kommt. Da kommt der Poppy. Er hat Marcel. Nur belebt. Marcel ich komme. Leiflich Sinn an den Heat sind ich. Schön wegge... Leute. LAL! Die Olle hat einen Blue-Buff. Wer will ich? Hier ist eine Olle. Oh, das sind die. Schön. Hier! Nein! Ich will den halt alle haben wollten. Sorry. Kein Ding. Alles gut. Ich hab... Ja... Ich hab grad bloß meine Uni auch rufen. Keine Presse. Was hat... Was hat wen angerufen? Mich hat meine Uni angerufen. Ja, kannst du mal doch... Nein, nein. Ein besser Deutsch als du. Nein, nein. Bayerisch ist kein Deutsch. Das musst du schon wissen. Das stimmt. Nein, wir haben ja einen Dialekt im Gegensatz zu euch. Hä, ja. Mike, hast du da nicht Sinn gesehen? Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß nicht, ob das so... Ich weiß nicht, ob das so ein Vorteil ist oder nicht. Nee. Ein Dialekt? Ja. Naja, doch. Irgendwo schon. Vielleicht mein Icon aus. So.